... Musik ... Wie zufrieden sind Sie mit dem Parkhaus den besterfolgenden Merkmale? Aufwand 1 bis 5, Beleuchtung? Äh, kann man gar nicht beurteilen. Dann die Atmosphäre insgesamt? 2 Die optische Gestaltung? 1 Wenn was bemängelt wird, dann ist es meistens die optische Gestaltung, weil es halt doch einfach nur ein graues Parkhaus ist. Auch die Luftqualität wird erwähnt, obwohl das Parkhaus offen ist und die Atmosphäre insgesamt besser sein könnte. Die Spitze der Parkraumbewirtschaftung wäre für mich, wenn ein Kunde hinkommt und sagt, heute gönne ich mir mal was, heute parke ich zwei Stunden in dem Parkhaus, einfach nur, weil es so cool ist. Hier entsteht das Parkhaus der Sinne, in dem wir mit verschiedenen Mitteln alle menschlichen Sinne ansprechen wollen. Also hören, sehen, schmecken, riechen und den Verstandessinn auch. Das heißt, so eine Art Gesamtkunstwerk. Zuerst hatte die DB Bahnpark einfach kreative Ideen, die ich sehr gerne aufgenommen habe. Dann entstand ganz schnell die Idee, dass es gut wäre, einen Blick durch die Zeit zu schaffen, wo man halt den Hauptbahnhof im Bau sehen kann, weil viele Hamburger ja jetzt nicht alt genug sind, um das nochmal erleben zu können. Und jetzt können sie sich dieses Bild angucken. Die größte Baustelle ist, dass der Parkhaus 24 Stunden unter Betrieb ist und man den Prozess weiter begleiten muss. Die Leute sollten ja trotzdem weiterhin parken. und die Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Gemälde aufhängen in einer vielbefahrene Einfahrt, hat uns an die Grenzen gefördert. Das klingt, Hamburg klingt. Hamburg klingt gut. Jean Schimschak ist mit mir durch Hamburg gelaufen und hat die Originaltöne der Stadt eingefangen. Wir sind da ziemlich viel gelaufen. Wir waren überall. Ein Bandunion hat eine große farbliche Palette. Es ist in der Lage, gut Klänge zu imitieren. So hier zum Beispiel. Sowas haben wir gemischt mit Vogelstimmen. Und dann haben wir gleichzeitig Dinge hier. So etwas, was sich mit Hafengeräuschen auch gut mischt. Dann haben wir rhythmische Dinge, die sich sehr gut mit urbanen Geräuschen verschmelzen lassen. Es ist sehr vielfältig und ich konnte mich sehr gut in dieser Spielewiese tun. Willkommen in Hamburg. Wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu können. Der Auftrag war es, vier verschiedene Stuckrosetten zu erstellen, die zu den jeweiligen Kräutern passen, die aufzumodellieren und dann die Formen zu bauen und farbigen Gips zu gießen. Und ich glaube auch, wenn man nur durchgeht und wirklich das Parkhaus als solches benutzt, um zu seinem Auto zu gehen, dann bleibt doch ein gewisser Bruch hängen. Was war jetzt da? Da riecht es gut? Was ist das für eine schöne Musik? Was sind das für Bilder? Das passt eigentlich gar nicht hierher. Ich liebe Düfte. Für mich sind die Düfte der schlagende Erfolg in dem ganzen Projekt. Wir benutzen ca. 10 Ingedienste, wie verschiedene Herben und Speisen. Ja, zum Beispiel diese sind Essens von Lemongrass. Sehr... ...pure und intensiv. Es gibt eigentlich ein schönes, klartes Gefühl, wenn man den Raum enthält. Generell ist es schon so, dass Shizuko mehr die Nase ist und ich mehr der, der den Duft dann übersetzt für den Raum. 250 Kühlkomponenten. Die Länge beträgt 151,7... Während man im Treppenhaus die Kunstausstellung nachlesen kann und auch in einem Moment betrachten kann, wird man das ganze Konzept näher verstehen. ...36 PS und damit wird eine Geschwindigkeit... Das allererste, was mir durch den Kopf ging, war eigentlich ein Duft. Der ist nämlich wirklich präsent. Und mir gefällt das ausgesprochen gut, weil in jedem einzelnen Element hat irgendjemand da Künstlerisches Schaffen reingemacht, hat kompositorisch was reingetan. Ob das ein Haiku ist, wo jemand Buchstaben durcheinanderwirbelt. Oder ob das so eine feine Bleistiftzeichnung ist, die eine ganz andere Raumwirkung entfaltet als so ein Stück. Dass es Veränderungen gibt, fällt glaube ich wirklich allen auf. Nicht alle nehmen alles wahr, aber es fällt immer auch, dass es auch einmal Gemälde gibt, dass Kuhn leichter hängen, dass Musik da ist, dass es Duft gibt, auch auf unterschiedlichen Etagen. Ich persönlich mag es total gerne. Ich bin gestern hier angekommen und habe es total, total genossen. Es ist wahnsinnig hell hier, es ist unheimlich schön. Es duftet gut, es ist Musik, es ist schön anzuschauen. Ich mag es total gerne und kann sowas überhaupt gar nicht hören. Ich bin jetzt nur noch ein paar Hände. Ich hab noch keine Ahi gehabt, dass sie auf der Kuppel geöffnet wurde. Ich hab noch keinen Wettbewerbs ¡Hanasi! Wenn ihr seid, habt ihr gerne noch ein paar Kühe! Du hast nicht eine Extar-Möderung, also die Stoffel vor sich gesehen anbringen. Ich bin glücklich, dass ihr seid doch alle über ein paar Kuppeln. Ich bin glücklich, dass ihr seid. Untertitelung des ZDF, 2020